Von Messi Direkt wieder die alte Führung herstellen hoffentlich Macht er stark Müssen auf den Gegner warten Einmal hoch rüber Suarez Wieder auf Messi Denn der ist hier der Boss Ach du Scheiße Egal Komm bringst du einen nach So ich bleibe in der Mitte stehen Dich erhält dich trotzdem nicht Ich hab nie was gegen Fandasa gesagt Junge Alter Hilfe 88 Minute Das war die krasseste Farad aller Zeiten Jetzt kommen die zwei seltene Megapacks Und wieder ein Board Was? Walkout Halt's Maul Halt's Maul Halt's Maul Halt's Maul Was? Halt's Maul Hal oh mein gott was ist das was ist das was ist das oh mein gott wieder selber schuld alter hallo ne doch ist sogar frostbiten was ist jetzt passiert was ist jetzt passiert ich dachte ich hab den ball was ist da passiert ghostbusters streamt ghostbusters das ist ein walkout bergin ls nein 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 yo So lächerlich. Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Stream. Und ja, heute, wie ihr seht, Safety First trage ich einen Helm. Weil beim letzten Clip, wie ihr gesehen habt, Da habe ich mir zweimal übelst so gegen den Kopf gehauen. Deshalb habe ich jetzt immer einen Helm, wenn ich zocke. Safety first. Uh, walk-out. Komm, die schwarzen Balken-Walk-outs sind immer die krassesten. Oh mein Gott! Als ob er Messi zieht! Als ob! Oh mein Gott, 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 was passieren denn für Tore, Alter? Digga, was, aber was, ein Knock-out, Digga. Bra. Oh mein Gott, oh mein Gott, klippt das mal jemand? Was, klippt das mal jemand, bitte? Junge, woher? Moin Flo, welches soll man picken? Nummer 5, alles klar. Beast Mode, was geht nicht viel, wir machen auf und hoffen auf R9. Komm, Van Dijk, ho- Ja! 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 Prime Aiken ist noch nicht drauf. Prime Aiken hat eine 96, ach du Scheiße. Er läuft schon durch, er läuft einfach, ach nein. Nein, er kriegt er den wieder. Scheiße. Klipp! 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 Wenn du beide bekommen hast, Skandal. Nein, nein, nein. Boah! Zwei Messi's in einem Stream! Zwei fucking Lionel Messi's! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Normaler Pass auf Balotelli, absolut in die Hölle geht der Ball. Denkst du, okay, passe ich auf Hachi zurück? Nein, Korné wird angewählt. Korné will schießen. Fünf stelle schwacher Fuß. Oh, Hachi steht im Weg. Ja gut, Ball geht einfach durch. Aber Korné trifft trotzdem nur Pfosten, weil er selbst ein Vollpfosten ist. Und die Reha denkt sich, ich mach nochmal die Sicherheitsparade, weil wegen der Sicherheit. Wirklich, ganz ehrlich. Es ist wirklich, du kannst es keinem erzählen. Guck dir das an. Ein fucking 18 zu 5. Und vor dem Elfmeterschießen sah das ja noch zehnmal schlimmer aus. 18 zu 5. Wie kann man, bitte. So, er hatte, die ganze Verlängerung hatte er drei Schüsse und drei Tore. Und ich hab 18 Schüsse, 13 Schüsse aufs Tor. 54% Reibelsitz. Dieses Spiel, Dragon 70, wie ihr high, dieses Spiel ist eine gequirlte Scheiße, Dinger. Du warst in diesem EA, in diesem EA Entwicklerstudio, ja. Hast du alle Klos miteinander verbunden, Dinger. Alle Mitarbeiter scheißen da rein. Und der Topf, ja, am Ende wird alles ausgepresst. Und das, was am Ende rauskommt, Dinger, aus der ganzen Scheiße von den Mitarbeitern, das ist FIFA 20, Dinger. Zusammen gepresste Scheiße aller EA-Mitarbeiter. Du kannst es wirklich keinem erzählen. Weißt du, so ein Spiel vermisst du die Weekend League. Da, da, da. Reibelsitzschl prueba auf 1h. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. b